Leute, ich bin geschrumpft in einen Bienenstock hinein. Ich bin mega klein und hab's in die Welt der Bienen reingeschafft. Hinter mir ist alles voller triefendem Honig, Honigwaben und vieles mehr. Und hier unten haben wir eine kleine Zelle, wo wir Babybienen heranzüchten können, die hier rauskommen. Ja, und natürlich können wir den Honig auch trinken. Also, und Schleim kommt irgendwie auch mit raus. Wie es hiermit auf sich hat, seht ihr jetzt in diesem Video. Wir tauchen ein in die geheime Welt der Bienen. Hey und willkommen zu einem neuen Video. Und heute gibt es mal wieder etwas Spezielles, denn wir stellen uns der Frage, wie sieht es eigentlich in einem Bienennest aus? Wo gehen die Bienen hin, wenn sie denn da reinfliegen? Und das seht ihr jetzt heute in diesem Video. Die geheime Welt der Bienen, einmal gezeigt. Vorneweg, falls ihr neu seid, mich noch nicht kennt, würde mich freuen, wenn ihr nicht vergesst, den Kanal zu abonnieren. Dann landen alle weiteren Folgen, alle weiteren Videos rund um Minecraft bei euch in der Abo-Box. Hilft extrem, wenn ihr es daran denkt. Vielen, vielen Dank. Und ein Like für den lieben YouTube-Algorithmus. Wer wie immer auch wahnsinnig lieb. Vielen, vielen Dank auch dafür. Ich habe hier ganz frisch eine neue Minecraft-Welt erstellt. Und mit etwas Glück direkt war auch schon ein Bienennest am Spawn. Und hier können wir etwas reintauchen und mal ganz kurz zeigen, was hier abgeht. Und ja, das ist eine Modifikation für die Version 1.16.3. Neueste Minecraft-Version und eine wahnsinnig neue Modifikation. Das Interessante ist, die ist relativ beliebt. Sehr, sehr häufig schon runtergeladen worden. Fast 800.000 Mal. Link wie immer in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch die eventuell selbst hier mal anschauen. Aber jetzt die Sache. Wie kommen wir hier rein? Oh, das ist sogar schon voller Honig. Da werde ich gleich mal richtig reintauchen. Wie komme ich als Spieler jetzt in dieses Bienennest hier rein? Ganz so easy geht es nicht. Aber irgendwie ist es doch wieder easy. Wir brauchen eine Enderperle. Ich bin auch gerade mal im Creative-Mode, um es zu zeigen. Wird ein kleines Mod-Showcase. Das ist auf jeden Fall sozusagen sehr, sehr cool zu entdecken. Und dann wirft man sich mal rein. Flupp. Und dann ist man in einem Bienenstock mehr oder weniger drin. Ich habe hier schon mal ein ganz kleines bisschen mich hochgebaut. Damit ich hier die Lücke finde, wo man raus kann. Und darf ich vorstellen, so sieht es in einem Bienenstock aus. Hier sind richtige Honigwaben drin. Das ist eine komplette Dimension und Welt. So, Honigwaben ganz klassisch hier in dieser Wabenstruktur. Es gibt auch verschiedene Biome hier drin, wie ich es so richtig gesehen habe. Wir werden uns die Blöcke alle mal anschauen. Und ich werde mal genau zeigen, was hier abgeht. Ihr könnt schon mal sehen, hier an einigen Stellen von diesen Wabeneinsparungen. Hier gibt es Larven drin, die in den Nesten hier drin sitzen und Stück für Stück wachsen. Oh, die ist gerade gewachsen. Die ist etwas größer geworden. Und wenn die Larven gewachsen sind, können dort auch Bienen rausschlüpfen. Wie das alles geht, zeige ich jetzt gleich mal. Ich würde am Anfang allerdings mal rumfliegen. Kurz zeigen, was es hier so alles sonst noch gibt. Wie diese Dimension aussieht, ist gebaut mit verschiedenen Blöcken. Wir haben jetzt hier die ganz normalen Honigwabenblöcke. Die müsste es auch schon so standardmäßig geben in der 1.16. Und dann gibt es aber noch was hier. Nämlich einerseits poröse, wo haben wir das? Hier vorne sind noch mal welche. Poröse Honigwaben und gefüllte poröse Honigwaben. Das heißt hier, die, die gefüllt sind, da ist auch Honig drin, den wir extrahieren können. Bevor wir das aber alles machen, wie gesagt, wir gehen mal ganz kurz durch die Gegend. Hier mal kurz Spectator-Mode. Ich zeige euch mal die geheime Welt der Bienen. Sehr, sehr interessant, was hier schon wieder abgeht. Oh, ich habe auch noch was in Transition drüben gefunden. Ein Durchgang mit solchen Kristallen. Daraus, was das ist, werde ich gleich auch nochmal zeigen. Das ist auch nochmal wichtig. Aber wir gehen erstmal hier so runter. Hier ist eine etwas viel, viel größere Welt. Alles sehr, sehr gelblich gehalten. Und es müssten verschiedene Biome sein, die wir finden können. Wir sind jetzt gerade in den Hive Walls drin. Und das hier ist Sugarwater Floor. Das ist auch nochmal ein anderes Biome. Dort unten haben wir Zuckerwasser. Und auch nochmal ein paar Honigschleime, die hier in rumfahren. Ebenfalls interessant. Und wir müssten, glaube ich, also Hive Wall, Hive Wall, Hive Wall. Wir müssen noch irgendwo ein drittes haben. Hive Pillar. Hive Pillar, Hive Walls und Sugarwater gibt es hier unten. Also verschiedenste Orte und Biome, die man hier entdecken kann. Ich würde mal sagen, da vorne war eine recht schöne Stelle. Fliege ich mal hin, ein sehr, sehr offener Bereich. Tja, was kann man hier alles drin machen? Gut, diese Modifikation hat sehr, sehr viel mit Honig zu tun. Ich bin gerade in Creative Mode, deswegen habe ich ein paar Vorteile. Wir können hier aus diesen gefüllten Waben jetzt einfach Honig extrahieren. Aber unter Umständen, ich mache mal ganz kurz Sets oder Slash Spawn Point Spark. Und ich mache jetzt mal hier den Spawn Point hin für den Fall, dass ich sterben sollte. Die Mod heißt übrigens auch hier The Bumble Zone. Weil wegen den Bienen und so. Ist auch kompatibel mit verschiedenen anderen Bienenmods. Das ist interessant. Und ja, ich gehe jetzt mal ganz kurz, hole mir eine Glasflasche. Ja, und gehe mal in den Game Mode Survival. Hätte ich eigentlich wieder mit den anderen Tasten machen können. Aber wenn ich jetzt hier hingehe und Honig mir ziehe, dann passiert etwas. Ich kriege einen Effekt und zwar Wrath of the Hive. Ich habe die Bienen beklaut. Ihr seht jetzt hier oben, der Himmel ist duster geboren. Die Bienen selbst sind jetzt aggressiv auf mich, weil ich ihnen Honig geklaut habe. Das ist gar nicht nett. Weg mit der Biene. Autsch. Und die machen auch ganz gut Damage. Alles, was jetzt hier gleich vorbeikommt und summt, sollte mich angreifen. Ich hatte jetzt aber Glück, dass die Welt noch relativ neu ist. Und noch nicht so viele Bienen hier im Umlauf sind. Denn die müssen dann auch teilweise erstmal schlüpfen. Ich habe jetzt eine Honigflasche bekommen. Wie gesagt, da kommst du wieder in die nächste Biene. Ja, genau, stech mich halt. Es soll relativ schwer sein. Ich bin zu Tode gestochen worden. Alles klar. Oh, und ich bin natürlich auch, ich bin noch wieder gespawnt. Ich konnte den Spawnpunkt gar nicht setzen in Dimension. So, dann bin ich wieder zurückgekommen. Also, man kann leider nicht so einfach sich hier Honig snacken. Aber man kann ein bisschen mit den ganzen Bienen und so weiter interagieren. Wir haben ja hier diese Blöcke. Das ist zum Beispiel ein leerer Honeycomb Brut Block. So, und wenn ich jetzt beispielsweise Honig an sich hätte, könnte ich hiermit auch Bienen vermehren. Hier gibt es noch ein paar andere Honigsachen, wie ihr sehen könnt. Die Kristalle haben wir schon gesehen. Da gibt es einen Shard. Den kriegen wir raus, wenn wir die Kristalle abbauen. Die Kristalle können auch was anderes. Das zeige ich gleich. Wenn wir beispielsweise diese Brutzellen hier mit Honig füttern, dann seht ihr ja schon, da guckt eine Bienen raus. Und die können wir ebenfalls dann rausholen und fertig auswachsen lassen. Auch hier oben in den leeren geht es, glaube ich, nicht. Aber hier unten können wir jetzt mehr oder weniger Bienen züchten mit diesen Brutblöcken. Also wenn wir so einen haben sollten, dann geht das ganz gut. Die müssten auch, soweit ich das weiß, mit Sigtouch mitnehmbar sein, wenn ich es richtig gelesen habe. Die wachsen ähnlich so wie, sage ich jetzt mal, Sugarcane oder sowas. Wenn ein Tick-Update gibt, geht dieser Block eine Stage weiter. Wir können es beschleunigen mit den Honigflaschen. Das ist die eine Sache. Und wenn die dann gewachsen sind, dann können die immer wieder neu und neu und neu rauskommen. Ihr seht, hier gibt es spezielles Wasser. Das ist Honigwasser. Das kommt ebenfalls hier oben teilweise einerseits aus der Decke raus. Normalerweise müsste das nicht ganz so einfach sein. Okay, hier gibt es eine natürliche Quelle. Wir können dieses Honigwasser erzeugen. Ich habe euch ja von diesen Kristallen erzählt, eben gerade, die wir drin gesehen haben. Da unten sind die beispielsweise. Das sind Kristalle, die gibt es nur hier auch in dem Bienenstock drin zu finden. Und wenn man diese abbauen kann mit Sigtouch, droppen die als Ganzes. Und das Besondere ist jetzt, wenn wir Wasser hätten und das Wasser, das läuft praktisch an diesen oder durch diese Teile durch. Die kann man auch waterloggen. Dann wird immer Honigwasser entstehen. Das heißt, diese Zuckerkristalle wandeln normales Wasser in Honigkristalle um. Und, ne Quatsch, wandelt das Wasser in Honigwasser um. So rum. Das Honigwasser kann man ebenfalls essen. Können wir ganz kurz hingehen. Ne, nicht Zuckerwasser. Sorry. Es wandelt das Wasser in Zuckerwasser um. Und wenn man das Zuckerwasser trinkt, dann kriegt man ein halbes Herzblatt in den halben Hungerbalken dazu. Und man kriegt einen ganz kurzen Haste-Effekt, der dann 30 Sekunden hält. So, das kann man dann für andere Zwecke nutzen. Für die Overworld und was weiß ich nicht alles. Genau. Oh, ich kriege sogar nur die Shards raus. Selbst im Creative Mode. So ein bisschen disappointing. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also das ist schon mal die andere. Ihr seht auch schon wieder eine Biene, die kurz zum Schlüpfen ist. Also das Nest ist ein gefährlicher Ort. Man muss ein kleines bisschen aufpassen. Nichtsdestotrotz kommen auch super easy jetzt an Honigblöcke ran, weil die einfach so hier random mit in dem Biom verbaut sind. Honigblöcke sind recht hilfreich für Redstone-Schaltung, für vieles mehr. Kann man sich dann hier erfarmen unter anderem. So, an diese gefüllten Honigwaben kann man übrigens auch einen Comparator dran setzen. Die würden nur mal ein Signal von 1 ausgeben. Das sind einfach nur das Gegenstück zu diesen nicht gefüllten. Die kann man jederzeit füllen oder auch mit einer Flasche wieder leeren. Soviel zu den normalen Blöcken, die wir haben. Das sind die ganz normalen Honigblöcke, die wir auch im Vanilla erkennen. Honigblöcke, also Honig-Honigblöcke, die gibt es auch hier. Das sind diese Wabenblöcke. Und halt auch Orte, wo eben die Bienen gezüchtet werden. Das ist so im Wesentlichen der Bestandteil von dieser Dimension. Und ganz hier unten sehen wir auch nochmal so ein paar Schleime, die spawnen hier mit drin. Habt ihr bisher noch nicht irgendwas droppen sehen oder so. Übrigens hier unten drunter unter Wasser, im Zuckerwasser, gibt es auch diese Kristalle, die das Ganze anscheinend dann zu Zuckerwasser umwandeln. Und das sieht irgendwie extremst, extremst nice aus. Also wer Bienen-Content mag, dafür ist das mega nice geeignet. Kommen wir noch zu einigen coolen Effekten, die diese Blöcke jetzt geben. Das war jetzt nur so die grobe Übersicht. Beispielsweise, wenn man Zuckerwasser hat und dort Zuckerrohr wachsen lässt, kann die Random Tick Speed mal eben hochstellen auf 3000. Dann wächst dieses Zuckerrohr, also erstens nicht nur schneller, das hat es jetzt sowieso getan, weil ich die Tick Speed erhöht habe. Aber es wächst auch höher. Das Ding ist jetzt 5 Blöcke hoch geworden und nicht 3, wie es sonst normalerweise ist. Übrigens bei der Random Tick Speed, ihr habt gesehen, alle Bienen sind fertig geworden. Damit die schlüpfen, muss man sie rechts klicken. Das heißt, sie schlüpft nicht permanent. Wenn sie fertig sind, ist dieses Bienengesicht da mit Rechtsklick oder mit einer Flasche, glaube ich. Kann man das nicht mit der Hand machen? Ne, muss eine Flasche sein. Dann kann man sie rausholen mit einer Honigflasche. Aber sie würde ansonsten von alleine nicht dort rauskrabbeln. Ich habe die ganz kurz hochgestellt, die Tick Speed, und da ist leider nicht ganz so viel passiert. Aber es gibt auch noch viel mehr Sachen, die man mit diesen Blöcken dann letzten Endes anstellen kann. Übrigens, wenn man hier eine leere Flasche drauf nutzt, auf eine Zelle, wo eine Biene drin ist, also nochmal eine Glass-Bottle, dann bekommt man ebenfalls den Wrath of the Hive-Effekt. Ja, aber wenn ich das hier mache, dann wird das halt leer. Die Larve ist weg. Man kriegt eine Honigflasche und man hat sie einfach den Zorn des Hives, der Bienen, wieder auf sich gezogen. Wenn man diese Blöcke mit Silktash abbaut, mit den Larven, dann kann man das auch in die Overworld mitnehmen und dort züchten, dass da auch mal wieder Bienen rauskommen, hatte ich ja schon gesagt. Allerdings kann man auch einen Comparator anschließen. Und zwar die Signale, auch hier die Stufen sind von 1 bis 4, wird der Comparator hinten ein Signal ausgeben, je nachdem, wie groß sie ist oder wie weit die Biene mit der Stage ist. Man läuft doch etwas langsamer, wenn man auf diesen Honigblöcken hier läuft, 10 Prozent, man merkt es kaum, aber sie sind so ein kleines bisschen klebrig, dass man nicht ganz so zack laufen kann. Also auf diesen gefüllten, porösen Honigteilen, wo man sich Honig rausziehen kann, da ist man 10 Prozent langsamer. Wenn man einen Lava einmal benutzt und versucht, einen Comparator zu machen, aus Lava und Zuckerwasser, dann kann man einen speziellen Stein herstellen, nämlich Zucker-Infused-Stein, können wir ganz kurz wegmachen. Der sieht dann so aus. Ebenfalls ein Block, den man sich hier erstellen kann. Der sieht so ein bisschen speziell aus. Und das geht, wenn Lava eben auf das Zuckerwasser drauf fließt. Wenn man diesen Block dann abbaut mit einer Spitzhacke, dann droppt der Cobblestone und Zucker. Wenn man die allerdings mit Silk Touch abbaut, bekommt man diese Zuckersteine. Und wenn man die im Ofen reinlegt, kann man damit schnell XP bekommen. Die werden dann durchgebrannt. Und es ist eine Quelle, um an Experience zu kommen. Das ist sehr nice. Wenn die Lava allerdings auf die fließende Form von dem Zuckerwasser kommt, dann entstehen hier keine Zuckersteine in diesem Sinne, also keine Zucker-Cleanstones, sondern Sugar-Cobblestones. Und kann ich mir auch mal hier ganz fix holen. Es gibt also zwei Varianten, Cleanstone und Cobblestone. Und wenn wir das hier so machen, dann haben wir jetzt Sugary Cobblestone. Und die sind genauso wie die Sugar-Cleanstones hier ebenfalls für XP oder zur Zuckergewinnung. Noch mal gedacht. Da kann man sich Zucker dann holen, wenn man das abbaut. Als nächstes gibt es noch ein neues Item. Und zwar das Honig-Crystal-Shield. Das sollte besser als ein normales Schild sein. Leicht transparent, man kann durchgucken. Also ein Schild aus Honig kann man machen aus diesen Crystal-Shards, die man sich holen kann durch die Kristalle, die das Honigwasser machen. Einerseits hier unter Zuckerwasserisch oder oben aus den Caves. Und dieses Schild kann man zum Blocken nutzen. Den Gegnern wird allerdings geslowed, wegen dem Klebrigkeitseffekt, der dann da dran ist. Und man kann das Schild auch noch verbessern mit ihrer Haltbarkeit. Wenn ich mal ganz kurz hier draufgehe, gerade ist das Shield Level 1. Wenn das Teil Schaden bekommt, kann man das im Amboss reparieren mit den Crystal-Shards. Gerade geht es nicht, ist noch voller Haltbarkeit. Und da kann man das hochleveln bis zum Maximum. Und auf Maximum hat das doppelt so viel Haltbarkeit wie ein normales Vanillashield und sollte auch besser sein. Aber aufgepasst, wenn man heiße Sachen hier hat, also einen Feuerballabwert oder Explosionen oder Blaze-Shots oder was auch immer alles, was mit Feuer oder Brennen zu tun hat, da geht das Schild sehr, sehr, sehr schnell kaputt, weil es ist nicht hitzebeständig. Das, ja, Honig ist halt sehr fragil, wenn es um Hitze geht. Dann gibt es noch einen schönen weiteren Block, den muss man sich herstellen. Der hat auch ein bisschen was mit Redstone zu tun. Extremst nice. Wenn man Honigblöcke jetzt im Ofen beispielsweise durchbrennt, bekommt man ein ganz besonderes Material, nämlich ein sehr, sehr, sehr klebriges Material. Dauert einen kurzen Moment, auch gefühlt ein bisschen länger als normaler Brennvorgang, indem man einfach normale Honigblöcke einmalig hier durchbrennt und dann geht es richtig ab. Man kann auch die Crystal Shards nehmen, zum Beispiel auch das Schild oder halt hier die Honigblöcke an sich und dann kriegen wir hier etwas sehr, 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 sehr klebriges raus. Dauert einfach ein bisschen länger als es verarbeitet ist, nämlich, da kam es schon, Sticky Honey Residue. Und das ist wiederum extremst interessant. Man kann das auf den Boden kleben, wie gesagt, und da wird man extremst verlangsamt. Das ist sehr, 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 sehr klebrige Masse, die kann man alle Blockseiten kleben, um den Spieler einfach zu verlangsamen. Außerdem kann man daran hochklettern. Funktioniert wie eine Liane, wenn man da dran ist. Aber man ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig langsam da durch. Übrigens, wenn man zwei davon hier hat und einen abbaut, gehen halt beide ab. Das ist auch nochmal interessant. Man kann das jetzt hier zusammen craften mit Redstone. Ja, habe ich irgendwo zufällig einen Crafting Table? Hole ich mir einfach mal hier ganz fix raus. So, und wir kleben hier mal Redstone mit dran. Dann kriegen wir Sticky Honey Residue. Und jedes Mal, wenn jetzt hier beispielsweise etwas drankommt, dann seht ihr, leuchtet das so. Und dann gibt es auch ein Redstone-Signal ab. Also ein Detektor, wenn endlich irgendwas hier drankommt. Ihr seht, hier gibt es ein schwaches Redstone-Signal. Kann man dann mit Repeater noch verstärken, bis derjenige, der Spieler was immer, sich dann wieder davon verabschiedet. Und jetzt leuchtet es wieder. Jetzt geht es wieder ein Signal ab. Kann man machen für Redstone-Schaltungen, um zu messen, wenn jemand auch wo drüber läuft. Kann natürlich auf den Boden dann kommen und so. Oh, jetzt hat sie es gelöscht, weil ich Redstone von unten oben verbunden habe. Und das hier an der Wand ist weg. Ja, ist ebenfalls nochmal eine neue Komponente. Generell zum Bienenverhalten. Also immer, wenn man als Spieler irgendwie was macht, klaut oder mit dem Honig energiert, greifen die dich an. Es gibt ja diesen Wrath of the Hive-Effekt. Wenn man allerdings eine aggressive Biene dann versucht, mit einer Honigflasche zu füttern, hat man die Chance von 7%, dass man den Wrath of the Hive-Effekt, den man auf sich hat, wieder entfernt. Und dann werden die Bienen beruhigt. Es gibt aber auch noch andere Bienen, die können hier spawnen und anderen Carrier-Bees. Wenn ich mir mal den Wrath of the Hive-Effekt gebe, mal gucken, ob ich das hier machen kann. Effekt, äh, GIF, Spark, Wrath of the Hive. Ich weiß nicht, ob das von, können wir das hier, Bumblezone, Wrath of the Hive, 3, nee, das ist Seconds, machen wir mal 1000 Sekunden, 3, True. Das habe ich mir mit denen mal gegeben. Ihr seht jetzt auch hier, die Etage wieder, sieht ein bisschen gefährlicher aus. Und die Frage ist halt, wie es aussieht, auch wenn ich im Creative-Mode bin. Die sollten jetzt hier geraged werden. Das ist aber noch eine normale Biene, die wir haben. Das ist keine Carrier-Biene. Die sollten in regelmäßigen Abständen unterschiedlich um den Spieler herum dann spawnen. Und Carrier-Bienen können Items mit sich herumtragen, die man auch nutzen kann, um Sachen zu farmen. Also im regelmäßigen Abstand, so 10 bis 30 Blöcke vom Spieler entfernt, sollten die spawnen. Die haben was in der Hand. Wenn man die killt, droppen die das Item. Da habe ich wahrscheinlich gerade natürlich kein Glück. Vielleicht ist es auch im Creative-Mode. Ich gebe mir mal Resistance. Und die können spezielle Sachen, sage ich jetzt mal, mit sich tragen. Unter anderem alle möglichen Blumenarten, Concrete-Powder, Concrete an sich, Honigwarmen, Jack-O-Landers, Äpfel, Weizen, Heubler und vieles. Das ist mir einfach lauter Zeug, was nicht so ganz interessant ist. Aber wenn wir Richtung Seltenheit gehen, sie können auch Diamant-Pferderüstung tragen, Diamant eine Schaufel, Netherite-Scrap, eine Netherite-Hake, Netherite-Schaufel und ganz am seltensten ein Schildkröten-Ei. Da gibt es ein paar verschiedene Sachen, die hier mit aufgelistet sind, was auch nochmal sehr, sehr interessant ist. Ich habe jetzt gerade keine so wirklich gesehen. Ich will aber jetzt nicht wieder in den Sauve gehen. Die stecht mich sonst zu Tode. Das heißt, da hat man auch mal die Möglichkeit, irgendwie an Items ranzukommen. Wenn man also eine neue Dimension sucht, die ein bisschen interessanter ist, dann kann man gerne mal diese Bienen-Dimensionen nehmen. Und ihr könnt ja mal schreiben, findet ihr die interessant? Ist das geil für ein Modpack? Sollte kompatibel sein mit sämtlichen anderen Bienen-Mods, die es so aktuell noch gibt, müsste ich vielleicht mal machen oder mal ausprobieren, ein Bienen-Modpack zu spielen, wo alles irgendwie auf Bienen ausgelegt ist und auch andere Mechanics. Man kann dir vieles mitnehmen, wieder in die Overworld und auch hier diese Nester dann da hinbauen und sich irgendwie einfach an den Bienen erfreuen. Also viel, viel mehr Möglichkeiten mit Bienen, viel, viel mehr Mechanics. Bisschen Redstones mit drin. Wenn die Blöcke eben voll werden, kann man im Comparator arbeiten, dass man anzeigt, wenn eine Biene fertig gewachsen ist und so weiter und so fort. Ich denke mal, das ist eigentlich ganz cool. Ich finde es auch sehr gut, dass hier drin nicht so übertrieben viel umher schwirrt. Die Bienen sind jetzt, ja, vermehrt jetzt gekommen, weil ich diesen Wrath-Effekt, glaube ich, hatte. Ich habe trotzdem keine Carrier-Biene gesehen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man das sieht, dass die ein Item hat, weil ich muss die einfach so klatschen, damit die dann das Item droppt. Das kann natürlich genau sein. Ich dachte, die hält das dann in der Hand oder sowas. Aber war irgendwie nicht so ganz unterscheidbar, irgendwie Carrier-Biene oder nicht. Nachteil natürlich bei zu vielen Bienen kann halt sein, dass es dann ein bisschen leckend tut. Kann ich denen jetzt hier mal so eine Flasche geben? Ne, ich habe den Wrath-Effekt gerade nicht. Tja, die wird böse jetzt hier, denke ich. So, ich denke, ich habe die meisten wichtigen Sachen jetzt gezeigt. Vielleicht auch noch eine andere interessante Sache ist, also A, wie man jetzt nochmal rauskommt aus dieser Dimension, das erkläre ich jetzt auch. Und wenn man mal so ein bisschen sich noch umschaut, hier gibt es auch Höhlensystems ausgeprägt. Ich bin mal in Spectator-Mode reingegangen. Hier gibt es auch interessante Dinge zu entdecken, nämlich mal so kleine Orte, so kleine Dungeons in der Art. Hier sind ganz, ganz viele von diesen porösen Blöcken und Spinnenspawner sind da drin. Als ob hier so Spinnen, die das Bienennest invaded haben und dann hier, keine Ahnung, die Bienen gefressen haben oder sonst irgendwas. Die leben einfach hier drin. Die gibt es frequent. Neben diesen Kristallen, die Zuckerwasser machen und so weiter und so fort, gibt es gelegentlich halt auch mal noch Spinnenspawner dabei, Cave-Spider-Spawner. Und diese Dimension kann man sehr, sehr einfach verlassen. Man muss sich aus dem Bienennest, wir sind in einem Bienennest drin, einfach nur rausgraben. Beispielsweise nach oben oder nach unten. Und ich grabe jetzt einfach mal nach oben am besten raus oder so. Unten wäre vielleicht aber auch noch mal etwas easy. Wenn man sich jetzt hier hochbuddelt, dann wird man auf Bienenwachsblöcke stoßen, wo das Nest außenrum praktisch gebaut wurde. Das sind diese Taille hier. Beast-Wax-Planks. Die sind dekorativ, kann man abbauen, kann man sich durchbauen. Es ist einfach jetzt so die dicke Schicht des Bienenstocks. Und wenn man jetzt hier rauskommt, wird man in die Overworld teleportiert und dann ist man wieder in der normalen Welt und ist halt an einer gewissen anderen Stelle rausgekommen. Ich sehe auch gerade hier unten, was ist das hier eigentlich, ein Bienennest nochmal? Huch, das hat sich da direkt hingespawnt. Okay, das war am Anfang nicht da. Ich bin woanders reingekommen. Auch interessant, wir sind bei 581. Ich habe gesehen, per Default sollte es sogar sein. Im Nether ist es ja so, du reist einen Block, dann bist du in Overworld acht Blöcke gereist. Hier soll das noch höher sein. Wenn du hier einen Block reist, sollen es in Overworld zehn Blöcke sein. Bin mir nicht ganz so sicher, ob das funktioniert. Ich hatte irgendwie die Erfahrung, dass es vielleicht andersrum ist. Das ist zehn so eins. Also wenn ich zehn Blöcke im Nest reise, ist das einer in der Overworld. Bin mir nicht 100% sicher. Ist aber eine andere Dimension, wo es rauskommt. Dann kann man den Configs auch noch einstellen. Verschiedenste Werte, wie man sie möchte. Vielleicht kann man auf jeden Fall auch noch runterskalieren. Ja, das ist die Bumble Zone Mod. Ich hoffe, wir fanden sie interessant. Und wenn es wieder was Neues gibt oder Interessantes, erfahrt ihr es noch im Kanal demnächst. Rund um Minecraft, sei es Mods, Maps, vieles mehr, Updates. Bis dann, das Gachen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao, ciao.